Die müssen aber gut sein. Zwölf gegen zwei und wir verlieren wir, oder? Mhm. Wenn du wirklich zu fünft gegen zwei spielst, dann hat jeder einen festen Posten und dann wird abgeknallt, gell? Ja. Bis der Basti kommt es Ostern. Ja, bis der Basti kommt es echt Ostern. Basti ist ein Anfänger. Der Zweigang, so wie ich. Langsam und ganz langsam. Oder überhaupt nichts. Oder überhaupt nichts. Also ich nehme Keepersturm. Eins. Null. Gott steh uns bei. Ja, Angie, du schiebst mich immer auf Zeiten. Danke. Ich schieb dich links. Glockenl, es gibt Bodomusse. Du kannst Angst haben, lokalen Sie halt mit Tchaellen zu sehen. Jetzt schôm 백ków und liquide. Wirfreue ich aus. Halt diese Stelle. Ich komme von außen. Ja, voll irgendjemand hat mir pläriert. Also wenn wir jetzt verliehen, dann ist das eine Blamage. Ja, weil das nur 3 Leute sind. Das hat nichts zu sagen. Aber er hat mich jetzt erschossen. Das warst du, Angie. Ich, ich hab mich selber erschossen. Achtung! Feindliche Vorräte! Ja, bis morgen reicht. Irgendwie kann ich gar nicht treffen. Jetzt hab ich ihn erwischt. Zum Kenner. Also ich schnapp jetzt nicht ein bisschen Vorräte. Ah, fuck. Hätt ich doch nicht tun sollen. Warte mal, schau mal! Hey, ich bin genau in der Abfunkzone gelangt. Boah! Scheiss! Bemüh dich, Angie. Wir sind nur 3 gegen. Nein, wir haben schon lange nicht mehr gespielt, David und ich. Achtung! Immer! Ja! Ah, der saß oben. Er hat mich gesehen und ich hab ihn gesehen. Aber ich hab nichts gemacht. Da ist der David, schau. Da ist der David. Was hab ich denn gewischt? Verbündeter T-Flieger nähert sich. Das sind Feinde. Alles, was ich so will. Na, da ist David. Das ist David. Hä? Ich bin oft tot, gell? Ich kann mich überlegen. Achtung! Feindliche Vorräte! Kontradrohne in der Luft! Die sind blind! Ach! 何 können die Kranken verstecken sind doch? Vorräte sind unterwegs! da war einer auf dem Weg zu dir, Angi, den haue ich dann in die Füße geführt Danke! Boah, da waren alle auf mich! Achtung! Feindliche Vorräte! Da kommen welche! Ich habe jetzt Vergeltung! Gehst du nur hin, Angi! Musst du weggelaufen von den Grünen! Ja, ich habe da Leute hier gesehen! Vorräte sind unterwegs! Ja, Scheiße! Pass auf, Angi, geschickt die Heli auf dich! Ja, ich hab's gemerkt! Weiß ich, wie Helis da oben sind? Fünf Stück! Ah, jetzt mal wenn ich kurz davor bin, war das aufgekommen! Geschossen! Achtung! Feindliche Vorräte! Achtung! Feindliche Vorräte! Achtung! Feindliche Vorräte! Vorräte sind unterwegs! Ach! 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 aufgeräumt was ging. Scheiße. Aber da ist keiner. Wow, 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 wow. Ich hab aber einen Abschuss, sodass nur noch kracht hätte. Durch meine AH6 Überwachung. Die Drohne wurde eingesetzt. Vorräte sind unterwegs. Das ist der Brot. Angeli, du musst mir aber Angst haben. Vorräte sind unterwegs. Wow, wie hab ich den jetzt nicht erwischen können? Die Vorräte, was ich jetzt verdient hab, Angeli, musst du dir schnappen. Ja, klappt mir nix, wenn der Heli mir die ganze Zeit da draufhaut. Feindliche Vorräte. Geschützbereit zum Einsatz. Geschützes Einsatzbereit. Geschützes Einsatzbereit. Feindliche Boden-Luft-Rakete entdeckt. Vorrätes ist unterricht. Chuggernau-Panzerung, Angeli, solltest du die mal nehmen. Danke. Schuggernau-Panzerung, die er in die Gehe von Abwicklung hat. Schuggernau-Panzerung. Die wollen sich nicht nur einen Chargonaut anlegen. Scheiße, die sind sogar vorbeigekommen. Achtung, feindliche Vorräter. Boah, der hat mir C4 vor die Fresse geschmissen. David, ich hab dir gerecht. Danke. Hast du das gesehen, wie der das gemacht hat? Ja, je, ich war hinter dir. Aber erst bin ich auch tot. Angie, ich geh wieder rein da. Wie kann das sein, dass der Chargonaut nicht kaputt geht? Ja, der kehrt zu uns. Das ist ja super. Boah, wir haben eine eigene AC-130 in der Luft. Den kehrten wir. Ja, genau. Und die schießt auf mich. Meine eigene AC-130. Vollstrecker. Wer fliegt denn die AC-130? Das bist du, Angie. Feindliche Vorräter. Da sind die Aufklärungsdrohne im Anflug. Tja, ich krieg's runter. Ah. Vorräter sind unteren. Boah, die nechlichen Marsch geht's da rund. Angie, wie geht's denn dir? Gut. Werden die AC-130 gesteuert? Was ist das jetzt du? Nein, ich hab für euch die Aufklärungsdrohne. Entschuldige. Wie er besser wird versteht. Ah, hat er mich erwischt. So, und jetzt haben wir gleich gewonnen. Nur noch 450 Punkte. Ach, komm mal hin. Das war ich! Die Zeit wird gemacht! Tja, Leko. Was schreit? Was schreit, du? Hm. Wir haben nicht gewonnen, wir sind noch. Hey, Angie, der ist unterwegs. Achtung! Feindliche Vorräter! Oh, Leko steht in der Schütze. Das haben wir gewonnen. Ich rufe jetzt schon hin. Äh, äh. Yeah! Okay. Ich rufe jetzt nicht. Ich rufe jetzt nicht. Boah, schau mal, wie gut ich war! Hohohoho! 33-33! Haha, das ist ich in die...